Hallo, herzlich willkommen bei eurem Commanderkrieger und heute wird geballert. Heute geht es auf nach Patton. Mit dabei ist ein guter Freund und Kupferstecher. Mr. Klingklang. Achtung, in den nun folgenden Videoaufnahmen werdet ihr euren Commanderkrieger leicht alkoholisiert erleben. Ich möchte euch bitten, nicht alles auf die Goldwacke zu legen. Ich hatte einen schönen Abend und lasse euch daran teilhaben. Viel Spaß. Liebe Freunde, das Taxi ist gekommen. Auf geht's nach Patton. Mit dabei ist der Benni und heute wird mal ein bisschen geballert. Oh ja. Das allererste Mal, dass ich hier auf dem Kanal hier, ne, ha 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 ha. Ha 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 ha. Stimmung ist da. Robert ist noch hinten, sich den Schlüpper wechseln und dann geht es jetzt ab ins Auto. Guten Abend. Wir sind dabei, heute den Abend in Patton mal hier ordentlich klingeln zu lassen. Mit dabei ist euer Commander hier mit dem Captain Chang. Captain Chang am Fahrrad. Heute wird mal gezwitschert. Hier wird die Rechnung gemacht. Hier. Benni. Ach da, die Mädels. Und jetzt gehen wir schön mal hier an der Strandpromenade entlang. Schauen wir mal, was da so ist. Apropos Strandpromenade. Da ist das Meer. So. 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 Wir sind hier gerade dabei und warten darauf, dass Benni aus einem Hello Kitty Laden kommt. Der hat da was gesehen und muss direkt wieder zuschlagen. Robert, was ist dein Eindruck? Ja, bis jetzt. Ich bin gespannt, wo die hier, die Main Bangla Road kommt. Ist ja nur hier so ein Seitensteg. Wo der Schwanz hängt quasi. Das. Wir befinden uns am Eingang der Bangla Road, wie ihr hinter uns unschwer erkennen könnt. Diese Straße ist quasi einfach nur Querstraße, wo tagsüber ganz Menge Shops sind. Und heute geht hier der Bär ab, liebe Freunde. Oder der Schwanz. Wie man hier so sagt. Und ja, jeden Tag. So sieht es aus heute hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, Freunde. Aber irgendwo hinter mir, klar, wird sich ordentlich geregelt. Genauso wie hier am Benni. Hallo. Hängt hier, hier hängt ja überall, äh, ja, Ärsche in der Nase. Und wir hängen mittendrin. Heide, Pusanas. Wir haben es zwei Uhr. Und weil die Königin Geburtstag hat, ist sie jetzt Feierabend. Happy Birthday. Am Arsch. Weißt du, wir müssen jetzt hier raus. Wir haben gerade angefangen. Gerade angefangen. Jetzt müssen wir raus. Die ist happy, weil die will nach Hause. Wegen der Königin. Die Hure. Die Vorbereitung hier. Was bereiten die denn hier vor? Das ist einfach, äh, sozusagen zur Ehre. Eben hingen hier, seht ihr diese Stange hier, da? Da an dieser Stange hing eben noch ein Arsch. Und der ist weg. Ja, leider. So. Woher sind die Pusanas? Na, guck mal, es ist ja genug da hier. Wir können da in die privaten Leibplatz gehen. Ja, da zahlst du aber auch privat. Nein, nein. Geht lang. Die Regenzeit sieht so aus, liebe Freunde. Da kann es einfach mal regnen. Du hast einen im Kahn. Dir geht es gut. Und was passiert? Es regnet. 70 Kubikliter hier. Guck mal, aber... Ende doch schon wieder. We take care. We take care. How much? How much? I say for you. This one? Yeah. One 50, I make 200. 200 for you. Okay, now. It's yours. Ich verkaufe noch T-Shirts an den Besitzer. Die Erde hat uns wieder, liebe Freunde. Das war eine Fahrt. Heide-Witzker. Aber... Wir haben überlebt. Ja, wir leben noch. Das Problem ist, das macht das Ganze jetzt nicht besser. Eben vor 20 Minuten waren wir noch hinten auf der Paton, auf der Bangor Road. Jetzt versuchen wir nochmal im Laguna irgendwas klarzumachen. Und ich glaube aber nicht, dass das was wird. Wegen der Könige. Danke. Ah, die Party ist ja nicht vorbei, Freunde. Ja, gedacht, wir haben hier keinen Knopf hin, der uns auch für 2600 Baht eine Brille Wodka auf den Ball gibt. Das ist Riku am Start. So, liebe Freunde, wir machen den Puffi heute zu. Das ist nur für Shaquau, das ist okay. It's nur für Shaquau. Und... Nur für Shaquau, das ist okay. Ja, Shaquau heißt hier mal schön, denen die Palme was sie haben. Ich weiß nicht, wie es geht. Shaquau, nur hier. Nein, nur hier. Ich will nicht, ich habe Pussi. Ich will Shaquau. Was ich kann machen? Wenn du nicht, warum, wie du es wissen willst? Sie weiß nicht, wie es geht. Ich kann meine Pussi. Liebe Freunde, während Massenmessiv hier noch gerade mit irgendwelchen Mädels aushandelt, wie man richtig sich die Pflaume massiert. Ja, Shaquau. Shaquau, liebe Freunde. Philosoph Robert da mit anderen Leuten über die Welt. So, ansonsten ist hier die Stimmung am Start. Wir haben es... Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Sechs Uhr. Schlecht fünf Uhr dreißig. Sechs Uhr, Mann. Fünf Uhr zweiundvierzig. Sechs Uhr. Papa hat gut getrunken, getrunken. Aber Stimmung ist normal. Benni macht hier Vlog ohne Ende. Vlog-Material am Start ohne Ende. Hallo. Der Puff beinhaltet hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... I don't fucking care. Irgendwie neun Weiber. Hoffentlich Weiber. Vielleicht auch so ein Schwanz bei. Keine Ahnung, weiß der hier nicht. Ist nur da wo einer da mal. Ja? Klar, kann ich dir gleich zeigen. Ja gut. Wir können doch mal rausholen. Ja, können wir auch rausholen. Hol mal raus, den Aal. Und, ähm, keine Ahnung. Benni hat gesagt, wir machen jetzt noch irgendwo Apres-Ski. Und, äh, in diesem Sinne. Bis denzens. Check it out. Wir sind mit dem Taxi hin und rausgekommen. Irgendwie so, glaube ich. Wir haben es gerade sechs Uhr morgens. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte noch. Ihr seht vielleicht mein Haar. Das kommt nicht vom Roller. Nein. Überhaupt nicht. So, da wird gestöhnt. Ich filme jetzt nicht drauf. Dann kriegt er wie wieder einen Strike drauf. Auf die Scheiße. Kannst du mal rüber... Ähm, ansonsten... Laguna. Super Laden. Super Laden. Warum? Einfach, weil die um zwei Uhr... ...puh, auf die Könige spucken. Und einfach sagen... Wir machen den Drops. So. Und dann hier. Tschüss. Hey. Dottatschus. Tschüss hier.